Herzlich Willkommen liebe DayZ Freunde oder DayZ. Ich möchte euch heute zeigen wie ihr auf dem schnellsten und einfachsten Weg die neue Lingo Island Map installieren könnt. Dieses geht sehr sehr schnell und beinhaltet etwa einen Aufwand von 1-2 Minuten. Und dazu wird der DayZ Commander benötigt. Diesen könnt ihr ganz einfach über den Link öffnen der unten in der Description von mir steht. Oder ihr gebt es einfach wie ich und bei Google ein. Der erste Link wird es sein. Auf der Seite angekommen drückt ihr natürlich um auf Download. Guckt einmal ganz runter wo ganz dick steht. Get DayZ Commander. Dort klickt ihr herauf, hinauf, wie auch immer. Dann öffnet sich bzw. ladet ihr erstmal den Commander herunter. Diesen installiert ihr ganz normal was ich natürlich schon getan habe. Habt ihr so ein schönes Desktop Symbol und öffnet es. Dann öffnet sich dieses Fenster. Am Anfang nicht wundern da steht Refreshing Server. Da werden alle Server nochmal überprüft gehen die lang wie man lustig ist. Spieleranzahl, blablabla, Version etc. Das allererste was ihr tut und was mit Abstand das wichtigste ist, damit alles reibungslos funktioniert. Ihr geht unter Settings. Also falls man das jetzt noch nicht ganz gesehen hat, weil ich ein bisschen schnell gemacht habe. Hier oben Settings. Checkt eure Game Directories und checkt eure Game Directories und zwar von Arma 2 und einmal der Erweiterung Arma 2 Operation Arrowhead. Wenn diese beiden Pfade stimmen, ist alles in Ordnung. Der DayZ Pfad kann grundlegend nur stimmen, wenn beide anderen stimmen und dann müsst ihr daran nichts ändern. Denn dies ist eine Grundvoraussetzung, dass der Commander grundlegend richtig funktioniert. Aber wie gesagt, im Normalfall erkennt ihr alles von alleine. Das war bei mir so und zig anderen Freunden, denen ich das gezeigt habe. Also macht euch da keinen Kopf. Ansonsten macht ihr Override und dann könnt ihr ihn ändern. Also sollte kein Problem sein. Dann drückt ihr auf Done. Nun seht ihr oben bei mir in gelber Schrift Install Update. Das heißt, irgendwo für ist ein Update verfügbar. Da gehen wir doch mal rauf. So, was sehen wir nun? Oh, eine neue DayZ Version ist rausgekommen. Sehr schön. Auf jeden Fall, grundlegend möchte ich hier jetzt erstmal alle drei Buttons erklären. Und zwar überwacht der DayZ Commander ganze drei Schritte des Spiels. Beziehungsweise grundlegend wichtige Elemente. Unter anderem der Beta Patch. Ja, wie lästig war es das doch noch mit dem Six Launcher immer nach den Beta Patches zu suchen. Da er sie automatisch nicht erkannt hat. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, da diese Beta Patches immer relativ, sag ich mal, regelmäßig rauskommen. Häufig steht da halt von wegen, ja, neue Beta Patch ist verfügbar. Das Wichtigste, was ihr denn tun müsst, ist, ihr guckt erstmal rechts, Servers are running. Was so viel heißt, wie viele Server laufen mit welchem Beta Patch. Da solltet ihr so lange auf dem Beta Patch verharren, wo die meisten Leute drauf spielen. Das ist nicht immer der neuesten, das dauert dann mal ein bis zwei Tage, bis die ganzen Server nachupdaten etc. Also ist es nicht schlimm, wenn das hier mal gelb unterlegt ist und der DayZ Commander sagt, hey, pass auf, update das bitte. Ist aber relativ egal, ihr könnt immer noch ohne Probleme spielen. Momentan die neueste Version, die 96584 bzw. Schrägstrich 8.5, ist sowohl die 8.4 als auch die 8.5er Version. So, sehen wir rechts, laufen 50% aller Server. Sehr schön, besser können wir es doch gar nicht haben. Also sonst könnt ihr einfach Reinstall machen oder einen anderen auswählen, wie ihr lustig seid, einfach auf Install drücken. Dann wird der andere gelöscht und der neue draufgespielt. Also problemlos läuft das ab, einfacher als jemals zuvor. Dann seht ihr, bei mir ist gerade die neue DayZ Version verfügbar. Steht sofort out of date. Ich check wieder die Liste ab. Die meisten Server 1726, also 44% aller Server laufen mit der neuesten Version. Alles klar drücke ich auf Install. Das kann er jetzt nebenher runterladen und machen, wie er möchte. Passiert gleich auch wieder alles von alleine. Und nun das, worum es letztendlich ging. DayZ Lingo. Ihr drückt einfach auf Install. Weil, es, ja das war's. Der lädt die Map runter, sie ist ein bisschen größer, 550 MB, wenn ich mich nicht täusche. Er installiert sie von alleine. Wie gesagt, es dauert ein bisschen, nicht wundern. Und dementsprechend könnt ihr danach sofort DayZ Lingo spielen, das ist dann gar kein Problem. Müsst halt nur aufpassen, dass ihr A nach richtigen Servern sucht. Und ihr dürft euch nicht wundern, dass es, mittlerweile gibt es zwar ein paar mehr Server, aber alles in allem, ja hält es sich ehrlich gesagt noch in Grenzen. Und die meisten Server laufen auch noch nicht ganz so stabil. Aber trotzdem ist es eine klasse Map, die man einfach installieren kann. Es schadet nicht, man kann sie ausprobieren. Es ist etwas Neues. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und das war's eigentlich. Wenn jetzt jemand, ähm, nicht mehr sehen will, den DayZ Commander selber erforschen möchte, oder da jetzt nicht mehr großartig viel erfahren möchte, schaltet jetzt einfach ab. Denn jetzt war's das. Ihr weiß jetzt, oder ihr habt jetzt gesehen, wie man DayZ Lingo installiert. Jetzt gehe ich noch auf grundlegende Mechaniken des DayZ Commanders ein. Und zwar, wie man richtiges Server, sag ich mal, findet, wie man das alles einstellt, wie man Favoriten hinzufügen kann und sogar Freunde. Und was der DayZ Commander sonst noch für schöne Features mit sich bringt. Also der DayZ, äh, die Version wird ja jetzt gerade installiert. Ich drücke jetzt einfach mal Done. Ich kann ja nebenher trotzdem alles machen, was ich möchte. Und dann gehen wir doch erstmal grundlegend unter Servers auf den Server Browser ein. Ihr könnt hier natürlich den Ping einstellen. Da müsst ihr eine Grenze für euch finden, was in Ordnung ist. Ich würde mal sagen, im Normalfall sollte 150 das höchste sein, was ihr da angebt. Da es aus dem Grund zu empfehlen ist, dass das Spiel bis dahin noch halbwegs flüssig läuft. Deswegen ist der Ping auch noch grün untermalt. Alles darüber hinaus führt zu unschönen Legs. So, dann der nächste Punkt, der Survivor Count. Das ist, wenn man Englisch kann, eigentlich schon selbst erklären. Hier könnt ihr eigentlich schon, wie viele Spiele auf dem Server sein sollen. Ihr seht, die Server werden direkt geupdatet. Also von 0 bis 128. Kann man machen, ist natürlich wieder Geschmackssache. Ich bin mehr so einer, der nicht so gerne mit so super vielen spielt. Also mir reicht im Normalfall, sag ich mal, am guten Abend 25 Leute. Und es sollten schon mindestens 5 drauf sein. Dann könnt ihr sagen, dass er halt nicht voll sein soll. Also für Server, die direkt komplett voll sind, sollen ausgeblendet werden. Und welche, die halt leer sind. Hierunter könnt ihr direkt auswählen, welche Mods er suchen soll. Er kann beide Mods suchen, wenn ihr das wollt. Also Any Mods, sowohl Daisy Only als auch Daisy Lingor Island. Oder ihr sucht nur nach Daisy Mods oder Daisy Lingor. Ich habe momentan Lingor eingeschaltet, weil ich dieses Map halt erkunde. Und dementsprechend spiele ich momentan halt diese Karte lieber. Dann kann man hier jetzt sagen, welche, die geschlossen sind, also ein Passwort haben, sollen ausgeblendet werden. Welche, die nicht unoffiziell sind, muss man wissen. Unoffiziell sind, glaube ich, alle. Ja, das ist letztendlich das Problem. Richtig offizielle Server gibt es, glaube ich, gar nicht. Und welche mit einer falschen Armor oder Daisy Version, das heißt, ich mache jetzt hier Wrong Armor Version. Er zeigt mir nur noch, welche an, auf die ich joinen kann. Denn hier im Fenster seht ihr, manche sind dunkelgrau unterlegt. Das heißt einfach, diese Server haben entweder nicht dieselbe Beta Version wie ich oder nicht dieselbe Daisy Version wie ich. Das heißt, folglich sollte man auf diesen Server nicht spielen oder kann es wahrscheinlich auch gar nicht. Also kann man ruhig einstellen, dass man, ja, die falschen Armor 2 Version und Daisy Version ausblendet. Ist aber auch Geschmackssache. Man kann es auch einfach ganz normal lassen. Mich persönlich stört es nicht, weil man ja sofort auf einem Schlag sieht, auf welche man joinen kann und auf welche nicht. Ja, any time of day, night only, day only, gibt es scheinbar auch Server, die das unterscheiden. Denn ich sage dazu, dass meiner Meinung nach sowohl die Nacht als auch der Tag zum Spiel gehört. Also bin ich rundum mit allem zufrieden. Hier kann man jetzt noch andere schöne Settings einstellen. Und zwar soll auf dem Server die Third-Person-Perspektive, also die der dritten Person, aktiviert sein. Da drückt man einmal rauf, heißt rot, dass sie deaktiviert ist. Man drückt zweimal rauf, bedeutet grün, dass sie aktiviert ist. Das seht ihr auch automatisch. Das Symbol ist ja hier so ein Manic-Kicken mit so einem Rucksack hinten drauf. Seht ihr hier in den Settings direkt das Symbol und ist natürlich auch wieder hervorgehoben, also somit aktiviert. Tracers weiß ich jetzt nicht so genau, was das ist. Also hier steht Bullets Relief Subtil Lines Behind Them. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen oder so ein Kram. Ich weiß jetzt nicht, gibt es da von Server? Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt. Ein Server, ich weiß jetzt nicht, was das genau macht. Hinterlässt denn der Schuss eine Spur, also das Projektil? Ich habe keine Ahnung. Also das ist mir ein bisschen schleierhaft, ist auf jeden Fall, wie man sieht, nicht so beliebt. Gibt also nur einen Server damit. Von daher einfach deaktiviert lassen, beziehungsweise grau unterlegt lassen. Dann Nameplates ist relativ beliebt, sage ich mal. Das ist, wenn man eine Karte gefunden hat, dass sowohl Gegner, Zombies und unter anderem die eigene Position auf der Karte verzeichnet wird. Relativ hilfreich. Das bedeutet nämlich dieses schöne Symbol, also das N, was jetzt auch bei vielen Servern aktiviert ist. Dann natürlich das Crosshair, was mit dem Plus gezeichnet ist. Soll so viel bedeuten, ob das Crosshair im Spiel implementiert ist oder eben nicht. Viele Server haben es ja deaktiviert. Gerade die Hardcore-Server, beziehungsweise die Veteranen-Server. Und Death Messages muss ich passen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es ist aber scheinbar überall, achso, ah, ich habe mir noch nie den Text hier drunter durchgelesen. Allows you to see when any other survivors die on your server. Ja gut, ich meine, es ist jetzt eigentlich immer überall aktiviert. Kann man auch einfach so lassen. Ich meine, sieht man ja einen Grundlegend eigentlich auf jedem Server, dass einer stirbt. Ist auch total unwichtig, sage ich mal. Naja, Geschmackssache. Jedenfalls könnt ihr hier endlos eure Filter einstellen, wie ihr lustig seid. Dementsprechend werden immer die Server automatisch aktualisiert. Und was relativ gut ist, man sieht meistens immer die Uhrzeit des Servers, wenn diese sich von der normalen Zeit unterscheidet. Automatisch wie viele Spieler. Wenn man rauf geht, sieht man sogar automatisch alle Spieler. Das heißt, ihr könnt gucken, ob euer Kumpel da drauf ist oder ich oder sonst wer. Dann halt der Ping wird angezeigt. Und wenn man länger genug über einen Server rüber geht, wie ich jetzt, steht sogar automatisch die IP, wenn man diese mal an Kumpel weitergeben möchte. Wenn ihr hier jetzt auf das Sternchen klickt, wird der Server automatisch zu den Favoriten hinzugefügt, wie man sieht. Jetzt habe ich sechs Favoriten. Hier sind alle von euch gespeichert. Ihr könnt automatisch halt welche, wie eben erwähnt, auch über die IP hinzufügen. Ja, finde ich sehr, sehr simpel gemacht und sehr, sehr geil. Das heißt, man kann den Server nicht aus den Augen verlieren. Finde ich grundlegend einfach besser gelöst als beim Six Launcher. Und, ja, wenn man wieder auf das Sternchen drückt, sind sie natürlich einfach wieder weg. Bloop! Also, ne, Geschmackssache. Muss man wissen, wie man es möchte. Auf jeden Fall sehr, sehr gut gehandhabt. Freunde kann man auch hinzufügen. Dann sieht man auch deren Version, den Settings, ne, auf welchem Server die sind, wie auch immer. Aber ich stieg da bisher noch nicht ganz so durch. Ich könnte jetzt einfach mal Dirk eingeben. Jetzt zeigt er mir, glaube ich, zwei Dirks an. Entweder, das weiß ich eben nicht so ganz, ob der Server so heißt oder spielt da jetzt einer drauf, der Dirk heißt. Weil ich habe mal nach einem Kumpel geguckt. Den habe ich so darüber hinaus nicht gefunden. Also, ich denke, man ist noch ein bisschen buggy. Aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig, wenn es irgendwann mal funktioniert, dass es eine schöne, einständige Freundesliste gibt und man so schnell Freunden hinterherjoinen kann, etc. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mich finden wollt, ich heiße halt Diehan, könnt ihr gerne nachsuchen, könnt gerne mal eine Partie zusammen spielen, sofern man mich halt findet. Ich glaube, ich selber finde mich nicht mal. Vielleicht muss ich auch gerade aktiv auf dem Server spielen, ich weiß es nicht so genau. Naja, alles in einem war's das. Grundlegend zum DayZ-Commander. Ihr habt Fragen oder sonst noch etwas. Hinterlasst mir ein Kommentar oder eine private Nachricht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem DayZ-Commander und natürlich der neuen DayZ-Lingo-Island-Map. Ich verabschiede mich von euch. Noch einen schönen Tag.